The drinks are free and he's collecting for a Rolex. Hey! Schönes Ding! Für ne Rolex? Nein, für nen guten Zweck, also ja. Was für den Zweck, du willst du ne Rolex holen? Ja! Ich kann mich hier nicht halten, ich find das zu geil. Seht zwar aus wie der verlorene Bruder von Hedgefonds, Henning, heute geht es aber nicht um Aktien. Wir werden heute versuchen den amerikanischen Traum eines jeden Kindes wahrzumachen, indem wir Geld mit einem Lemonade Stand verdienen. Wie viel das sein wird, was wir verkaufen und was wir alles machen, das hättet ihr jetzt. Viel Spaß mit dem Video. In den Filmen wird das immer glorifiziert, die Kinder stellen sich auf die Straße, verkaufen Limonade. In abgewandelter Form können wir das in Deutschland auch machen. Wir können keine offenen Getränke verkaufen, wir können nicht das verkaufen, wir können das nicht verkaufen. Aber wir können geschlossene Getränke verkaufen, wir können Karpison verkaufen, wir können Bier verkaufen, wir können... Ja, Cola von der Sprite. Cola von der Sprite, die Standardsachen können wir verkaufen und als allererstes müssen wir dafür unsere Getränke einkaufen. Kleine Marktanalyse, wir können natürlich jetzt nicht an einem Tag so viel Erfahrung sammeln, dass wir wissen, was verkauft sich am besten, was verkauft sich gar nicht. Und deswegen fragen wir bei den Leuten nach, die ihr Geld damit jetzt schon verdienen. Was ist eigentlich so das Getränk, was sich am besten verkauft? Das hier? Ja? Ja. Und äh... Fritz Cola. Fritz Cola? Wer hätte es gedacht? Die gute alte Mate. Kann man auch relativ teuer verkaufen, also wenn man jetzt an so einem kleinen Stand ist, was nimmt man dafür? Also safe 2 Euro? Mindestens 2. Aber vielleicht sogar 2,50 Euro? Also Club Mate, Fritz Cola, Capri-Sonne, Durstlöscher sind die unalkoholischen Getränke, die am besten laufen, also kaufen wir genau die. Wir sind durch, was wir bezahlt haben, wie viel Umsatz wir machen, das schauen wir jetzt gleich mal, wenn wir alles verkauft bekommen wollen. Insgesamt 90 Euro und 7 Cent ausgegeben. Mehrwertsteuer und so, es gab schon einige Kommentare dazu. Mehrwertsteuer und den ganzen Kram gibt es in diesem Projekt nicht. Wenn wir alles verkauft bekommen, machen wir einen Umsatz von... Das wäre richtig geil, aber weniger als gedacht. Wir haben 2 Kästen Club Mate, 1 Kasten Fritz Cola, 1 Paket Wasser und 3x Capri-Sonne. Mehr gibt es dann an unserem Lemonade-Stand nicht und damit müssen sich dann die Leute zufrieden geben. Lemonade-Stand. Ist ja sicher, obwohl wir keine Limonade verkaufen. Obwohl wir keine Limonade verkaufen. Top. Und dann glaube ich nicht mal das Angebot, weil wir stellen oben einmal demonstrativ alles aus, was wir haben. Mit so Eis, sodass die Leute richtig Durst bekommen, wenn die das hier gehen. Ja, mit eurem Geld, wir müssen reich werden. Warte mal. Vielleicht gibt es ja auch noch Leute, die das ganze Projekt noch ein bisschen mehr supporten wollen. Vielleicht sollten wir so einen Spendentopf aufstellen. Spenden für Rolex. Ja, genau so machen wir es. Lemonade-Stand. Sieht eigentlich geil aus. Ja. Und natürlich kommt auch die echte, die reale Nachricht drauf, dass das Trinkgeld direkt in meine Rolex fließt. Vielleicht doch nicht meine Rolex, aber dazu mehr in den nächsten Videos. Bitte geben Sie mir Geld, ich brauche eine Rolex. Oh, was? Oha. 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 Max, ich danke. Da helf ich doch gerne. Ich danke. Oh, warte. Damit kann ich eh nichts anfangen. Oh, das wird ja immer besser. Das ist ja schon 0,001, 2 Prozent der Rolex. Bro, ich bin ehrlich gespannt, ob und wie viel Geld du damit verdienst. Ja, ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht funktioniert. Ja. Oder dass Leute das witzig finden. Ja, ja, genau. Und dann einfach mehr Geld in die Trinkgeld-Rolex-Kasse kommt, als in das normale gehen. Wir sind angekommen am, hoffentlich, Ort des Glückes. Wir sind am Aachener Weiher, einer der bestbesuchtesten Parks in Köln. Und wir werden uns direkt an den Eingang stellen. Also jeder, der rein will, jeder, der raus will, muss an unserem Stand vorbei. Den wir jetzt direkt hier vorne aufschlagen werden. Und dann hoffentlich, hoffentlich, entweder ein paar Spenden bekommen oder die gesamten Getränke verkaufen. Es fühlt sich ziemlich falsch an. Bisschen unangenehm. Sommer ist so halb zu Ende. Ich mache das jetzt. Hier. Herzlich willkommen an meinem ganz eigenen ersten Lemonade-Stand. Es ist soweit. Der Lemonade-Stand steht. Wir sitzen seit einer Minute. Und jetzt kann es losgehen. Ich hoffe, dass hier ein paar Leute vorbeikommen, die durstig sind, die unsere Getränke abnehmen. Und dann hoffe ich auf großen Umsatz und noch viel größere Spenden. Mein Bedürfnis steht auf dem Spenden-Ding. Und ich hoffe, die Leute nehmen das wahr und nehmen das ernst. Das ist ja der Hammer, ey. Wir haben noch eine Minute aufgestellt. Nein. Ihr seid unsere ersten Kunden. Ihr habt schon was eingenommen. Ah ja. Von euch. Guck mal unser Schild vorne. Sehr gut. Traumhaft. Eisgekühlte Getränke. Habt ihr auch Eisgekühlten bei Malunda? Ne, wir haben tatsächlich nur Eisgekühlten. Ah ja, dann nehme ich nichts, bitte. Okay. Aber ich würde euch gerne eine Capri-Sonne anbieten. Oh ja? Ich möchte euch allen eine schenken. Wir werben eine Maßnahme. Ähm, Multivatemil oder... Ähm, Multifitamani, bitte. Okay. Also ist gut, dass ihr da seid, damit ich mal ein bisschen Zeit zum durchatmen habe. Komm gar nicht hinterher. Ich glaub, der Platz ist nicht so nice. Halt deine Fresse. Ich glaub, da hinten ist nicer. Das Ding ist, alle Leute, die ohne Getränke zum Aachener Weyer kommen, was ja sehr viele machen, die müssen alle hier an mir vorbei. Ist es schlau, seine Produkte selbst zu verkonsumieren, die ganze Zeit? Always get high on your own supply. Ich glaube, ich muss erst ein bisschen was verschenken. Was möchtest du gerne haben? Ich nehme die Club Mate. Oh ja. Du kannst nach eigenem Bemessen etwas in die Rolex-Kasse tun. Du kannst ja auch wieder was rausnehmen. Also dich cool. Danke. Uh! Ja. Genau so. Ihr könnt einen Cent geben und fünf Mate dafür nehmen. Oder ihr nehmt eine Mate für zwei Euro. Ey komm. Traum. Einfach da rein. Jo, einfach da rein. Oh, so gekühlt, ey. Vielen Dank, Jungs. Jo, gerne. Ja, besser könnte es nicht laufen. Also die Leute anzusprechen, funktioniert tatsächlich. Vielleicht ganz kurz für mich das Verkaufen übernehmen. Ich muss kurz telefonieren. Ja, warte mal. So, Baby! Jetzt geht's ja los! Ist die Marktverkauf? Okay, ich zeig dir mal was wir im Sortiment haben. Gucken Sie mal rein, den Hasen. Es gibt hier nicht nur Capri, sondern es gibt ja auch Club Mate. Ich bin in kleinen Durst zwischendurch. Ich bin auch versorgt. Was machen sie heute noch? Tintonic. Tintonic. Da brauchen wir zwischendurch was kleines Erbrichtendes, wie jetzt auch mit dem kleinen Besserlift. Nein, danke. Was ist denn los mit den Kölnern? So, stehen geblieben. Möchten Sie was von mir kaufen? Ich gebe dir was einfach so mit. Wie viel brauchst du das Geld? Unser Freund hat Geld für eine Rolex. Bruder, Bruder, Bruder! Da bin ich doch zwei Euro. Nimm die gerne. Schönes Ding, drei Euro haben wir schon. Entschuldigung, wieder her. Entschuldigung, wieder her. Der Herr! Ah, hallo. Möchten Sie gerne was nehmen? Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Kleinen Durst zwischendurch. Komm her, Bruder. Okay, Bruder, wir rennen. Scheiß, Alter. Steht vor, ich fall hin, Digga. Alles am Arsch. Boah, da sind voll viele Menschen. Wir werden reich. Jaaa! Komm! Wir haben... Woh! 5 Euro, ich hab das Schwein. Boah, Daniel! Ich geb euch mein Kleingeld. Was auch? Hey, no joke. Dave ist nicht da. Ja, wir machen mehr Umsatz als wir. Bedient euch. Wie gesagt, kein Haken. Aber der Herr hier sammelt für eine Rolex. Hör mal. Ich danke. Etwas Durst, der Herr? Sind Sie durstig? Wollt ihr was trinken? Ist kostenlos. Kostenlose Tränke-Free-Drink. Ein Wasser für Sie? Ein... Wenn ihr jetzt keinen Durst habt, könnt ihr auch nur was für eine Rolex. Ich kann mich hier nicht halten. Ich finde das zu geil. Die Tränke sind frei und er collectiert für eine Rolex. Ich muss eine Rolex bekommen. Du bist der, der mich unterstützt. Hör? Dammit! Ja, los geht's! Wir wollen kalt. Wo ist das Wasser? Wir haben... Das ist eine Zimmertemperatur. Perfekt. Zimmertemperatur. Alles klar. Alles klar. Danke. Oh ja, danke. Das wird immer besser. Warte noch einmal. Wofür machst du das? Für eine Rolex. Für eine Rolex? Nein, für einen guten Zweck. Du willst dir eine Rolex holen? Ja. Was ist das für ein guter Zweck? Das ist sehr gut. Für eine Rolex? Ja. Das ist ein guter Grund. Ja. Was ist denn der gute Zweck? Eine Rolex Uhr. Für welche von euch? Für mich. Na dann. Danke. Willkommen zu. Ja, Mann. Danke dir. Boah. Eine kleine Spende von uns hier. Ey, die Panantasche könnt ihr auch noch haben. Gar kein Thema. Ich kann eine Gold-Kreole spenden. Die ist echt Gold. Die könnt ihr einfach einlösen. Jetzt haben wir lauter. WTF? Oh, das sollte ein paar verloren. Darf ich draufbeißen auch? Ja, klar. Doch, tatsächlich. Ich danke vielmals. Ich sitze die ganze Zeit auf meinem Kleingeld rum. Ey, danke. Danke damit. Aber ich find das cool, Alter. Gib mal so eine Cabri. Ich geb das gleich so in der Wittstadt. Ey, ich seh's gar nicht. 40, 60, 80, 85, 90. Ja, wir haben 87,76 Euro verdient. Ja, quasi kein Minus. Das Video war ein voller Erfolg. Wenn euch das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, hier den Kanal zu abonnieren. Und wir haben außerdem noch eine Gold-Kreole geschenkt bekommen. Das ist kein Witz und die ist wirklich Gold. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.